In diesem Tutorial werden wir uns anschauen, wie wir den Abstand eines Punktes von einer Geraden mit Hilfe des sogenannten Orthogonalitätsverfahren bestimmen können. Es gibt für dieses Abstandsproblem noch zwei andere Verfahren, die schnell und einfach sind. Einer mit einer Hilfshebene und das andere mit Hilfe einer Formel. Wenn ihr Bedarf habt, entweder am Ende im Abspann oder oben rechts unter dem i-Punkt findet ihr auch die anderen Tutorials. Bevor wir dieses Verfahren Schritt für Schritt anhand eines Beispiels sehen werden, will ich im Voraus mit Hilfe einer Planskizze schon mal unser Lösungsweg kurz erläutern. Wir haben also ein Punkt und eine Gerade. Wenn wir in diesem Zusammenhang vom Abstand reden, dann reden wir natürlich von dem geringsten Abstand und er trifft immer orthogonal auf die Gerade. Dieser Punkt, wo es drauf landet, heißt Lotfußpunkt, hier gekennzeichnet mit L. Unser Zwischenziel ist natürlich diesen Lotfußpunkt zu bestimmen, weil wenn wir diesen Punkt haben, dann können wir problemlos den Abstand bestimmen, indem wir einfach die Länge dieses Vektors per L bestimmen. Also Punkt P war sowieso gegeben, wenn wir L hätten, dann können wir diesen gesuchten Abstand D bestimmen. Dafür nutzen wir die sogenannte Orthogonalitätsbedingung. Und die ergibt sich durch die Tatsache, dass dieser Vektor per L orthogonal hier an dieser Stelle zu diesem Vektor R oder Richtungsvektor der Geraden ist. Wenn zwei Vektoren auf dem Land orthogonal sind, dann muss deren Skalarprodukt 0 sein. Also lautet in diesem Fall unsere Orthogonalitätsbedingung, Vektor R mal Vektor per L muss 0 ergeben. Für den Fall, dass das zu schnell ging, gleich kommt unsere Beispielaufgabe. Wir haben also ein Punkt P und eine Gerade G, die gegeben sind. Und zu besserem Verständnis habe ich rechts nochmal unsere Planskizze abgebildet. Wie bereits erwähnt, unser Ziel wäre zuerst, diesen Vektor per L zu bilden. Dafür brauchen wir natürlich Koordinaten für den Punkt L. L kennen wir nicht, aber wir wissen, L liegt auf dieser Geraden G. Und zur Erinnerung, jede Gerade kann man auch als allgemeinen Punkt zerlegt schreiben. Deshalb wäre unser erster Schritt, als allgemeinen Punkt von G zu schreiben, um per L zu bilden. Das bedeutet, ich zerlege in erster Reihe G in einzelnen Koordinaten, zeilenweise. Also x1 wäre dann entsprechend 5 plus 3t. x2 wäre dann 9 plus 2t. Und x3 entsprechend 1 plus 2t. Und mit diesem Punkt L und mit dem Punkt P können wir jetzt den Vektor per L bilden. Am besten immer mit L als Spitze, dann haben wir keine Probleme mit diesem Parameter. Also, wir ziehen sie voneinander ab. L minus P. Das bedeutet, nur die Zahlen werden voneinander abgezogen. 5 minus minus 2 sind natürlich 7. Und die Zahl mit dem Parameter wird einfach abgeschrieben. Dann 9 minus minus 6 sind 15. Und dann plus 2t. Und die letzte Koordinate, 1 minus 1 ist 0. Und dann bleibt mir nur noch 2t übrig. Also, das wäre unser allgemeiner Vektor PL. Mit Hilfe dieses Vektors PL und des Richtungsvektors des Geraden, den haben wir hier an dieser Stelle. Okay, nochmal kurz. Das ist Vektor R. Kann man die sogenannte Orthogonalitätsbedienung nutzen, um die Koordinaten von L zu bestimmen. Also, wir haben hier schon steht, als zweiter Schritt, R mal PL muss 0 ergeben. Also, Vektor R nehme ich von oben. Das bedeutet, wir haben hier 3, 2 und 2 mal unser Vektor PL. Zugegeben, ein bisschen hässlich, aber ihr werdet sehen, jetzt beim Skalarprodukt macht das nicht viel aus. 15 plus 2t und 2t. Und das Ganze muss 0 ergeben. Natürlich bilden wir daraus eine Gleichung. Wir hätten dann praktisch 3 mal Klammer auf 7 plus 3t plus 2 mal Klammer auf 15 plus 2t und am Ende noch plus 2 mal 2t und das Ganze ergibt 0. Wir lösen die Klammer auf, fassen zusammen und formen nach t um. Also, 21 plus 9t plus 30 plus 4t und nochmal plus 4t soll 0 ergeben. Und das ergibt dann einfach an dieser Stelle 17t. Und dann fasse ich noch die Zahlen zusammen. 21 plus 30 sind 51. Diese 51 bringe ich rüber mit minus 51. Dann haben wir hier auch gleich minus 51. Geteilt durch 17 bekommen wir natürlich t ist gleich minus 3. Wir haben jetzt einen passenden Wert für t und diesen t-Wert setzen wir natürlich in unsere Geradengleichung, um L zu bestimmen. Oder ihr könnt es auch hier gleich in den allgemeinen Punkt einsetzen. Hat ja die gleiche Wirkung. Also, dann schreibe ich kurz hin, t in g oder in allgemeinen Punkt und dann kriegen wir für diesen Punkt L raus. 5 plus 3 mal minus 3, das sind 5 minus 9, sind minus 4. Dann 9 plus 2 mal minus 3, 9 minus 6 sind 3. Und 1 plus 2 mal minus 3, 1 minus 6 sind minus 5. Damit hätten wir schon die Koordinaten von L. Und mit L und mit P bilden wir natürlich die Länge des Vektors per L. Und das ist das von uns gesuchte Abstand. Also, als erstes der Vektor per L. Das bedeutet nichts anderes als L minus P. L haben wir hier unten. P oben, minus 4, minus minus 2 sind minus 2. Dann 3, minus minus 6 sind natürlich 9. Und minus 5, minus 1 sind minus 6. Und dann entsprechen auch die Länge dieses Vektors. Vektor per L ist dann Wurzel aus jeder einzelnen Koordinate ins Quadrat. Die Vorzeichen können wir uns sparen. Unter der Wurzel kommen eh keine negative Zahlen und alles wird quadriert. Deshalb bei Spielen und die Minuszeichen. Und dann können wir auch das Ganze nochmal zusammenfassen. Wir haben hier 9 hoch 2 sind 81. Plus 4 sind 85. Plus 36 sind 121. Und Wurzel aus 121 sind natürlich 11. Also der Abstand beträgt in diesem Fall 11 Längeneinheiten. Weil es ein wichtiges Abstandsproblem ist, schauen wir uns noch ein paar beliebte Anwendungsfälle an. Als erstes der Abstand zwischen zwei parallele Geraden. Das kann man auch sehr einfach bestimmen, indem man einfach mal einen Punkt, zum Beispiel den Stützpunkt von der einen Geraden nimmt, hier Punkt P, und den Abstand zu der zweiten bestimmt. Ein weiterer Anwendungsfall ist, wenn man die Höhe eines Dreiecks bestimmen möchte. Natürlich mit dem Ziel später den Flächenhalt zu bestimmen. Da muss man einfach nur den Abstand zwischen Punkt C und die Gerade durch die Punkte A und B bestimmen. Und noch ein Anwendungsfall, wenn man die Höhe eines Parallogramms bestimmen möchte. Dann muss man natürlich ebenfalls den Abstand zwischen der einen Ecke, in diesem Fall D, und die Gerade durch die Punkte A und B bestimmen. Zum Schluss, wie gewohnt, noch ein paar Hinweise. Wie bereits am Anfang erwähnt, im Zusammenhang mit diesem Thema gibt es noch zwei Alternativlösungswege, die sehr oft benutzt werden. Einer mit einer Hilfsebene und einer mit einer Formel. Die Tutorials dazu findet ihr gleich im Abspann. Wichtig ist natürlich auch der Abstand eines Punktes von einer Ebene oder der Abstand Winschiefergeraden. Die Tutorials dazu gibt es auch gleich.